So, willkommen zurück zu Scun and Bounce. Nach unserem Absturz in der letzten Folge machen wir jetzt hoffentlich die letzte Session für heute, wo wir unsere letzte Stunde vorm Klon. Ähm. Wir müssen Sachen machen. Wir müssen Sachen machen. Ha! Ich weiß, ob ich gesagt nicht mehr, was ich hier in der letzten Folge machen will. Was machen Sachen? Ich glaube, ich wollte Gold sammeln gehen, bevor ich den Auftrag abgebe, aber ich glaube, ich tue den Auftrag abgeben und dann Sachen machen. Stimmt, ich wollte den Auftrag abgeben, bin aber dann durch Spielabsturz gestorben. Jetzt erinnere ich mich wieder. Dabei war es in Real-Time irgendeine Stunde her, als ich das gemacht habe. The Nine of War. Christmas gegen. Was war das mit Long Cannon? Was war das mit Long Cannon? Kali. Gern back Convoy. Okay, we're going. Okay, wir müssen auf Insel of Moon reisen, um dort einen Konvoi zu eliminieren, wenn ich das richtig gehört habe. Ich würde gerne die vorderen Kanonen in Langkanonen versetzen und die Langkanonen an den Seiten würde ich in Kavalierskanonen umwandeln. Dass ich vorne die langen Dinger habe und an den Seiten die kürzeren. Dann setzen wir mal Segel mit unserer Havanna. Und da ist schon Spielabsturz. Dann drücke ich auf Pause. So, wir sind wieder am Start und segeln weiter als wäre nichts gewesen. Ich muss da durch den River's Mountain durch und dann müsste ich dort sein. Mal kurz losen, ich habe die 400 Taken und ich habe noch 1 Stunde 40. Ah, scheiße, da mal kurz was zu looten. Ja, ich habe noch 2 Stunden los. 3 Stunden geht es gar nicht. So, die Aufnahme läuft wieder. Dann schippern wir unsere Route. Okay. Hey, wo siehst du, Schiff zu stürmen? Capcap. Und dann muss ich es denn folgen. Reparaturskitz Stufe 2. Ich will nur meine Kanone ausprobieren. Habe ich sie? Ja, ich habe sie. Meine Mädels klein und lös. Einmal das da, ein paar Forstkilds. Und schlafen alles. Nachladen, nachladen, nachladen. Ich wusste, wir hatten ihn die ganze Zeit. Was? Da ist ja gar nichts. Freibreiter habe ich jetzt freigeschaltet? Cool. Jetzt aber schnell. Geh uns zu dem, Kapitän! Wir sind bereit für die Krieg! Martin. Weiß er doch! Ja! So. Jetzt schnell hier durchsiegeln. Nehmt alles mit, Männer. Stimmt, ich habe vergessen nachzugucken, was es kostet, die verbesserte Brecheisen und so zu craften. Zum Glück kriegt man keinen Schaden, wenn man gegen Inseln kracht. Aber ich glaube, das wird beim... Nein! Du vergisst mich zu reparieren, Mann! Ja, das kenne ich. Boah, ich hatte den Fall. Nein, jetzt habe ich lasse. Ich raste aus, jetzt habe ich wieder dahin segeln. Ja. Das kenne ich auch irgendwoher. Ja. Präparieren. Äh. Ich muss Nase putzen. Ich bin froh, Mann. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Da ist ein unbekanntes Fragezeichen. Der hat Snoovesnooves. Das ist doch kein anderes Schiff. Also kein anderes Spüler-Schiff. Das ist ja Reparatur-Skit 1. Kann ich das jetzt nicht satteln auf Reparatur-Skit 2? Irgendwo wird geschossen. Ah, muss ich das hier versenken? Es ist neblig und ich sehe nichts. Ach nein, ich muss die hier versenken, oder? Es ist neblig und ich sehe nichts. Es ist neblig und ich sehe nichts. Es ist neblig und ich sehe nichts. Das da? Keine Ahnung. Ich ballere es mal an. Es kann sein, dass ich jetzt gleich versenkt werde durch das Ding. Das ist doch gerade eine verreckt. Ich kann es doch nicht tun. Ich habe die Schüsse gegen daneben, danke. Okay. Hallo, link doch, Mann! Alter, da kommt ja 100 Jahre bis zum Eingelenkt hat hier. Was ist das denn so schön, Mann? Wir können immer noch kein Englisch. Weißt du was ich mir da antwort? Ich kann immer noch kein Englisch! Ja. Habe ich das jetzt nicht? Ich muss irgend so ein Schiff finden und es versenken. Also muss ich noch mal durch den Nebel... Ich muss irgendeinen Riles Lunius finden und das dann versenken. Wenn ich das richtig verstehe. Das da vielleicht. Das ist eine Insel. Vielleicht dahinter. Da Riles Lunius. Das ist es. Ich glaube da ist ein anderer Spieler da schon. Ne. Das ist ein anderer NPC. Der hat dieses Feuer... Aaaaah. Shit! We're burning! Feuer now! Their ship is looking really nice with the holes! We must wear they off and we will do the rest! Let us show this from the others! Hey, come on! Also ähm... Firm. Leave no good thing behind! Leave no good thing behind! Offene! We have no good thing behind! Ah! Where is the treasure Skirlot promised us? All we got is some stethered net, that... Please! Let her catch the wind! Ladet nach, Männer! Jawohl, das Winti mit Zekro... Abwohnen! Und das Ziel... Ach, ich muss das mal kurz übersetzen... So gut bin ich jetzt irgendwie nicht in Englisch... Mal wieder... Finden, spielen Sie die... Cardone, Kopfgeld, bla bla bla... Ja... Lesen Sie die Schatzkarte... Mal zwei... Schatzkarten lesen, ist ja nicht so meine Spezialität... Der erste Wichser... Oh, ich glaub zwei Pistolen... Hat da... Voll die Prenzer geht... Also was man denn schafft zu erfüllen, hab ich... Rüstig gelesen... Jaaa... Und dann kriegt man so ne Schatzkarte... Wenn du das gleich hier hast wie ich... Ja... Das mit dem Julius... Also das ist das Afrika-Kontinent... Und wir müssen dort... Icy... Also hier Afrika-Kontinent... Und dann... Fuck... Ich bin schon wieder halb im Arsch... Das da vielleicht... Ich bin in der Kappa-Kontinent-Kontinent-Kontinent... Und Scheiße... Oder hier... Ja, ich guck mal nach... Fuck... Ich hab noch Kontinent-Kontinent... Ich habe noch 5 Minuten zu spüren. Was war ich nicht? Ich bin noch 5 Minuten zu spüren. Oh, Gott... Sie sind so... Nein! Nein! Ich wollte gerade rief! Scheiße! Das ist ein großes Bomberschiff. Wobei, vielleicht hat das ja Stufe 4 und das ist doch nicht so Bombe. Aber vorhin hatten wir ja Stufe 10 und so. Ich muss jetzt die Frechweite kommen. Stufe 4 hat dieses Schiff. Also wenn es uns angreift, angreift dann. Dann schießen wir natürlich zurück. Oh du, das war... Das war... Das war... Torpedos! Alter, jetzt rennt das die Schweine. Ja... Mördo... Doch habe ich nicht so viel Schaden erlitten. Aber ich... Hau mal ab. Ja! Ich erinnere dich! Wuh! Zum Glück haben die Toppedos keine Zielvorrichtung. Nimm mal da alles mit! Alles mit! Alles mit! Wir sind doch hier bei... Alles mit! Bei Seefahrt, da haben die doch noch gar keine Toppedos erfunden. Ich weiß ja, da war's nicht. Im Piratenteil, Alter. Wir sind aber jetzt außer Reichweite. Da haben wir... Essen und Mucke einschalten. Jetzt habe ich nicht der Kackschiff zerstört, aber... Es hat nichts gebracht. Ich guck mal Z. Ah. Entschuldigung. Also ich hab's geentert. Nein, ich weiß nicht. Und dann hat's bei mir gefunkt. Und dann hat's bei mir gefunkt. So, gleich sind wir da. Was ist denn das? Ich geh aber nicht in den Tod. Ah, cool. So, da vorne ist das... Was wir finden wollen. Was wir suchen müssen. Gut. Harte Wack. Oh. Vielleicht gibt's da ja auch schon was Tolles zu kaufen. So, einmal schon mal die Segel runtersetzen. Und dann... Von Bord gehen. So, was haben die denn zu kaufen und verkaufen? Wegen? Warum ist eigentlich schneller als ich? Werde ich? Ja! Derwohl! Ich weiß nicht. Was ist das für Ultra-Pensum? Ouh.. Sei Peter.. Das kenne ich doch irgendwoher.. Kann ich die Pistole irgendwo ausrüsten? Egal. Es gibt ein bisschen Kleingeld. Also jetzt muss ich irgendwie einen Stall mit einer Krabbe herfinden. Der brennt! Das ist ein X. Dieses X was ich suche hier. Das hat es funktioniert. Ah hier. Das muss ich da suchen oder was? Du drückst auf M. Dann auf dieses Kistensymbol. Dann scrollen sie runter. Und so. Und dann ist, dass du irgendwo eine Karte haben. Super. Ich glaube das ist echt toll. Genau das da. Ich glaube das kann ich zeigen. Ich bin jetzt 14. Ich glaube das mache ich morgen. Ich mache das morgen. Und dann schlafen. Ich mache das. Und dann schlafen. Ich muss ja morgen arbeiten. Ah da ist es. Muss ich das schaufeln. Ah er machts von selber. Da fehlt so ein bisschen der Faust Sound, ok ich hab nichts gesagt, es kommt ein Sound, was, press LCS, äh, to Fireworks, hm, ah ok, nice, das können wir jetzt aber dann doch nicht herunterfahren, hm, eine Bombarde gab es, nach die, dann wieder schon zurück zum Schiff und dann, haha, wieder knapp die Treppe nach unten gelaufen ist, dann zurück zum Hafen, und dann kann ich mir wieder was leisten, dann kann ich nur noch nie so far, wir müssen die Hunting, Stealing, Going, oh, das wird ja geil aus, sieht ein bisschen Raditz-mäßig aus, drück ich auf die Treue, Stimmt, ich könnte Schnellkreise machen, ich habe jetzt das Geld. Aber wenn wir schon mal auf Vorsee sind, machen wir mal nach dem hier. Geil, feiere ich. Schnellreisen, dorthin. Die 300 Tacken gönne ich mir mal. Und dann bin ich ja im Rang aufgestiegen und dann sehen wir uns mal an, was wir so als nächstes Schiff leisten können. In dem Fall noch nicht. Wir können das erst in Pokalrenst machen. Wir sind ja gerade Freibäuter. Nun gut, dann gucken wir mal, was wir so für Accessoires dazu holen können. Da sind die Bombarden, die pack ich ins Lager hätte ich gedenkt. Das sieht auch ganz schnickig aus. Das da vielleicht noch mehr. Passt zum Trail Design. Naja, dann hole ich mir noch mit meinem anderen gelten Paar Stiefel. Wenn ich noch ein bisschen Geld übrig habe. 3000 Bei dem Armschwuck hätte ich mir mehr Handschuhe gewünscht. Oh, mal gucken, was daraus noch liegt. Ich hätte mir glaube ich die Stiefel gegönnt. Oh, die für 800. Oh, ich finde diese Stiefel passen mehr zu meinem Look. You've got a good eye. Okay, dann passt das. Als Freibäuter bin ich jetzt completed. Oh, ich habe was. In meiner Mailbox glaube ich. In meiner Mailbox glaube ich. Oh, ich habe was. Ah, ich habe was zuerst noch später noch. In meiner Mailbox ist ihr nicht weggekundig. Eine weitere Kiste und so ein Zeug. Stimmt, ich wollte die im Einsatz eine Kanone rüber schicken. Die Bombarden. Oh, new shipment of books coming in from you. Maybe I can sell it here or something. No, I can't. But I would like to send my items out. Also, the other items. I would like to give you a story. Hmm. What's that here? I would like to give you a story. 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 Egal. Working with my hands is relaxing. Relaxing. I would like to give you a story. 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 Okay, ähm, mein Rapunz war es nicht, es müsste hier sein, dann müsste es hier sein. Passt sogar besser zum Skippen. Dann tue ich das andere noch schnell verkaufen und dann geht es noch weiter im Text. Dann mal gucken, was wir noch alles hinbekommen. Ja, kann ich es nicht verkaufen, aber dann tue ich... Ja, das habe ich doch gerade. Ja. Ich dachte, ich kann es bei ihm verkaufen. Jetzt kümmere Kissi mein Gold nicht. Ja. I made it. das ist meine Emission das ist meine Emission ich fahre mir mal Google was hat sowas dazu gesagt Kompaniestandort Plundern ok dann trage ich das da und ich fahre mir mal da und ich fahre mir mal Okay. Gehen sie zu Skag zurück. Das müsste der Tick-Tack ohne sein. Zum Glück habe ich diese Map nicht verkauft. Weißt du was? Ich sollte zwar zu ihm zurückkehren, aber ich mache jetzt noch eine kleine Plünderaktion. Sieht schon geil aus mit dem Design. Ich mache jetzt noch eine kleine Plünderaktion. Wie soll ich das Schrauben verletzen? Wie soll ich das Schrauben verletzen? Kapitän! Hm, Dark Evangel. Weißt du was? Dann mache ich hier später weiter. Oder ich mache noch ein bisschen Privat. Dann heißt es schon mal Tschüssikowski. Wenn noch eine Folge kommt, bis zur nächsten Folge. Ansonsten war es das für Skyland bei uns, der Close Beta. Und wir sehen uns irgendwann wieder. Ciao-tyea! BYE! 3 4 Vielen Dank.